Hallo und herzlich willkommen beim Brickklempner. Hier geht es um Klemmbausteinsatz der verschiedensten Hersteller. Ich bin der Mario und und am Tag als die GDL die Bahn bestreikt hat, ja, da bin ich tatsächlich immer noch gelernter Klempner. Heute liebe Freundinnen und Freunde geht es um ein Set von Reobricks. Jetzt wo ich das aufnehme ist Mittwochabend und ich bin echt froh, dass es euch gibt. Ich hatte heute einen langen Arbeitstag, knapp elf Stunden, bin nach Hause gekommen und habe mir überlegt, was machst du denn zur Zerstreuung? Das eine war mein Aquarium herrichten, das steht da drüben, das andere war ein Film schauen. Ja, oder dann eben das Video für das heutige Set aufzunehmen. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das veröffentliche. Entweder am Freitag oder am Sonntag. Ich bin da noch ein bisschen unentschlossen. Ich freue mich, aber egal an welchem Wochentag ich das jetzt rausgehauen habe, dass ihr bei mir seid. Wenn ihr zum ersten Mal einschaltet, bei mir geht es unter anderem um Game und Film Themen. Ich habe noch einige andere Settinge und wichtig ist immer, das will ich dazu sagen, Alles das, was ich euch hier zeige, ist für meine Regale bestimmt und deswegen ist das jetzt hier für euch aufzunehmen. Das heißt, euch an meinen Sets, an meinen Bauererlebnissen teilhaben zu lassen. Eben ein Hobby. Das ist kein Job und kein Beruf. Und alles Sets, die ich euch zeige, wie gesagt, sind für meine Regale bestimmt. Ich habe euch vor einer Weile von Reobricks da hinten unter anderem das U-Boot gezeigt, beziehungsweise, ja, ich nenne das mal so den Nachbau des Trench Run, des Grabenflugs. Na klar, da geht es um das Thema Star Wars. Von Reobricks habe ich in der Vergangenheit immer mal wieder Angebote bekommen, dankend abgelehnt. Ich lasse mich ja von Herstellern nicht unterstützen. Na, ich will es nochmal dazu sagen, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde das prima, wenn Hersteller, ja, die ein oder anderen oder die YouTuber, äh, Klemmbaustein-YouTuber überhaupt unterstützen, wenn die das für sich annehmen, weil das macht Meinung einfach breiter. Aber es ist nichts für mich, denn es ist mein Hobby. Ich gehe dafür arbeiten, mag dafür meine Euros ausgeben. Und da bin ich dann schon einigermaßen stolz drauf. Ja, und bei dem heutigen Set geht es wieder um den Filmthema. Es geht um den Film, Film, Unstoppable, außer Kontrolle, aus dem Jahr, ich meine, 2010. Und da geht es echt ab. Ja, bei dem Ausschnitt, da ist ein Zug, der rast durch die Gegend und in dem Film Hauptrolle Denzel Washington und Chris Pine, wenn ich das jetzt nicht durcheinander bringe, ja, da geht es um den Zug, der eben außer Kontrolle gerät, dann führerlos durch die USA donnert und zwei Zugführer nehmen dann mit ihrer Lokomotive die Verfolgung auf. Und als ich die Bilder hier gesehen habe, eben von Reobricks, von der Lokomotive G2000, war, glaube ich, die Bezeichnung, muss ich selber nochmal gucken, das hat mich an den Film erinnert. Und weil der Film mir so viel Spaß gemacht hat, ich habe den einige Male gesehen, war für mich klar, weil ich auch Displaymodelle liebe, jetzt habe ich mit Loks wenigerer Hut, aber das ist ja für mich hier, sage ich auch gleich was zu, ein Displaymodell, ja, da war für mich klar, ich werde mir das Set besorgen. Schon mal ein Hinweis, wenn euch verschiedene Sets, Sets, Themen und Hersteller interessieren, schaut doch einfach mal vorbei bei der Facebook-Gruppe Stein auf Stein zum Ziel mit Klemmbausteinen. Da sind viele YouTuber unterwegs, viele andere Gruppenmitglieder, ja, die ihre Sets, den Bau oder auch ihre Mox, die sie da selber dann zum Besten bringen mit Fotos. Ich vergaloppiere mich. Also, wenn ihr die Gruppe noch nicht kennt, schaut mal vorbei. Das ist echt vielfältig, inzwischen über 1000 Gruppenmitglieder. Ja, wie mache ich das hier, wenn das erste Mal einschalte? Ich wechsle jetzt die Kameraperspektive. Das ist ja hier in meinem Esszimmertisch. Ich nehme eben und baue alles hier in meinem Esszimmertisch dann auf. Meine beiden Klemmbausteinzimmer, die geben das von Architektur nicht. Architektur. Ja, das ist auch so ein Ding. Ich verplapper mich mal gern. Und während die ein oder anderen dann Schnitte einbauen, nochmal neu ansetzen, gibt es das bei mir nicht. Ihr müsst mir ein Gebrabbel an der Stelle einfach ertragen. Es sei denn, ihr habt keinen Bock drauf, dann springt doch einfach nach vorne, zeige ich euch das Bauergebnis. Also, ein paar Bauabschnitte jetzt, das Bauergebnis. Ja, und da sehen wir uns zu meinem gebrabbelten Fazit wieder. Also, bis gleich. Yo, Brix, ich hoffe, ich konnte euch eben schon ein ordentliches Bauergebnis zeigen, zumindest bei meiner Einleitung und Begrüßung. Habe schon mal aufgemacht, um zu schauen, ob das Richtige drin ist. Das ist die Bauanleitung von Dicker Schinken. Da gibt es ordentlich zu bauen. Bin mal sehr gespannt. Oh wei. Ach, es war zu befürchten. Das sieht hier vorne so gut aus, um was zu sein. Ja, da werde ich kleben müssen. Und wahrscheinlich auch über mehrere Steine. Mal schauen, ob ich das mache. Aber irgendwie wird es dann dazu. Ich gucke mal, da wird es ja Bauabschnitte geben. Gehe ich mal von raus. Ich schaue das jetzt mal hier hin, beziehungsweise Bauabschnitt 1. Und ihr könnt es schon sehen, es gibt Baseplates, aber keine Plates. Ich hoffe, ich habe es jetzt wieder richtig ausgedrückt. Also, Bauabschnitt 1 klatsche ich da hin. Und dann gucken wir nochmal drauf. Da ist er, Bauabschnitt 1. Es gibt insgesamt sieben Bauabschnitte. Hier nochmal die Anleitung. Ich würde mal schätzen, was alles ständig und nachvollziehbar. Ja, sieht ein bisschen hellgrell jetzt aus. Habe man nicht Licht hingegeben, damit ihr noch mal was von den Teilen sehen könnt. Ich gehe mal von raus, dass es gut zusammenpasst. Da hatte ich nie spektakuläre Probleme mit Reoprix. Das geht hier. Könnt ihr es sehen. Ja, so ne. Ich schaue mal nicht Kratzer drauf. Ich hoffe nicht, dass sich das so fortführt. Hier die Fliese. Das sieht wieder gut aus. Ich suche mal noch was Fließmäßiges hier vielleicht. Auch gut. Ja, ich würde mal offen schätzen, dass das gut ineinander passt. Man kann ja glaube ich dann den Motorraum öffnen und ähnliches. Zumindest sah das in den Produktbildern so aus. Ich bin mal sehr gespannt. Und am Ende auch auf diese kleine Diorama-Optik. Ich kann damit ja was anfangen mit Dioramen. Und zum Film müsste ich was gesagt haben. Außer Kontrolle. Sowieso. Den finde ich echt gelungen. Also, ich baue los und melde mich im Bauabschnitt 2. So schaut es aus im Moment. Ein bisschen mein Licht hier hinstellen. So schaut es aus im Moment. Es lässt sich gut verbauen. Es klappt und funktioniert. Der Bau ist jetzt nicht sonderlich, ist nicht sonderlich spektakulär. Aber sowas kann ja auch mal gefallen. Und ja, man, man, man. Baut dann auch Antriebsteile. Der kommt jetzt, muss ich mal gucken. Am Ende dann dieser Motor hier rein. Ihr seht es schon. Es gibt Gelenke hier. Wellen habe ich hier unten drunter. Auch. Aber ich nehme mal an, das ist nur angedeutet, man wird die Räder da nicht wirklich antreiben können. Trotzdem ganz schön und gelungen. Ich fädel das mal ein. Bis jetzt bin ich zufrieden. Das einzige, wenn man sich so dieses Führer-Fahrerhaus, das meine ich, Lok-Führerhaus anschaut, da gibt es keine Aufkleber oder so. Hier wäre natürlich eine Instrumententafel noch schön gewesen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es dafür auch keine Aufkleber. Und am Ende wird es wohl so sein, dass bei Reoprix die Aufkleber zum Schluss angebracht werden. Mal gucken, ob ich dann wieder was abnehmen muss. Naja, schauen wir mal. Aber ich bin total zufrieden. Ich habe den Bauabschnitt 4 abgeschlossen. Nebenbei läuft jetzt der Thomas, der Steinemeister mit seinem Livestream. Moment, mal gucken, ob ich das mit dem Ton hier hinkriege. Dann könnt ihr das mal kurz hören. Tobi Powers erklärt gerade, was er in der Stadt wie gemacht hat. Und mal den Ton wieder weg. So, es soll ja um den Bauabschnitt 4 gehen. Also ihr seht, da gibt es einiges zu entdecken. Der, ich nenne das mal, Antriebsraum, der ist gestaltet. Und das hier unten mit dem Fahrwerk. Huch, da fällt mir jetzt eins ab. Festnoppen. Das mit dem Fahrwerk, das ist echt herausfordernd. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Sehr detailverliebt. Aber alles einzelne Bauteile. Und das ist dann schon fummelig, auch hier dann die Reling aufzubringen. Das wiegt sich ein bisschen. Mal gucken, ob sich das dann nochmal weiter gerade zieht. desto länger das hier befestigt ist. Ansonsten ist das stabil. Ich hätte mit dem Fahrwerk befürchtet, dass das ein bisschen anders ist. Wenn es denn genoppt und geklemmt ist, dann passt das ganz gut. Ich habe hier nochmal die Fahrerkabine. Die sind dann identisch, vorne und hinten. Das macht keinen Unterschied. Ich nehme die nur runter. Es wird ja hier einfach locker aufgenoppt. Das hält und funktioniert auch. Ich nehme die nur runter, weil das beim Bauen immer mal im Weg ist beziehungsweise sich dann gern lockert und ich habe die jetzt runter gemacht und an die Seite gelegt. So macht das ja mehr Sinn und hier Bauabschnitt 5. Da wird die andere Seite komplettiert. So viel ist dann vorgebaut. Also da passiert einiges, aber man kann auch das Set dann gut an die Seite legen. Also hier auf die Seite packen und dann anklemmen. Das funktioniert. Also ich habe, ich habe Freude. Ja, die Lok ist fertig. Da haben wir hier die Einhausung. Können wir mal zusammen draufsetzen jetzt. Einmal. Dann das. Nehmen wir erst mal das hier. Das da hin. Zweimal. Und jetzt hoffe ich, dass das auch passt. So ein bisschen auseinander schieben. Ja, zack. Und fertig. Diese Lok. Jetzt bauen wir den Display, Display Ständer, Disney. Und dann können wir uns alles angucken. Ich melde mich aber noch mal wegen dem Display Ständer. Da hinten steht er. Fettig. Oh, muss noch beklebt werden. Das wird ja. Naja, schauen wir mal. Hier die Grundplatte. Das ist ziemlich stabil vom Display Modell. Schiene. Ich sage jetzt mal gebaut. Einmal. Einmal eins. Ja, Quatsch. Einmal sechs fließen. Einmal acht fließen. Das sind keine Plates. Das sind die dünnen, schmalen Grundplatten. Und hier die, wie war das Slopes? Die ging echt schwer drauf. Ein Gewirke. Aber das ist stabil. Ich baue jetzt die Krananlage auf. Und hier dann beklebe ich. Und dann gucken wir uns das Ding von allen Seiten an. Das bekleben wird das Spannende. Ich zeige es euch doch nochmal. Ich habe jetzt hier die Krananlage zu Ende gebaut. Aber, ihr seht schon, das ist nichts zum Spielen. Ja, das kann man so rausnehmen. Also ist ja überhaupt ein Display Modell. Aber ich hätte gedacht, es ist ein bisschen stabiler. Wenn es denn dann im Regal steht, wird es schon in Ordnung sein. Also, da darf man nichts Spektakuläres erwarten. Und dann hier beginnt das Abenteuer. Könnt ihr das sehen. Aufkleber, die ganzen Nummern und die Krananlage auch. Da geht es weiter. Also da hinten soll ich dann aufkleben. Ich nehme es wieder runter. Ich lege es auf den Tisch. Ich mag gucken, ob ich es zu Ende bringe mit den Aufklebern. Aber irgendwie gehört es drauf. Das macht ein bisschen Charme und Flair aus. Geht über mehrere Steine. Wir gucken uns gleich das Bauergebnis an. Ich bin gespannt. Da haben wir das gute Stück. Das hier ist übrig geblieben. Wobei ich nicht weiß, für was das ist. Also ich habe in der Anleitung noch mal geguckt. Kein Hinweis gefunden. Dann ist es jetzt so. Alles, was ihr seht, ist ein Aufkleber. Es gibt keine Drucke. Da haben wir hier jetzt die Krananlage und ich hatte euch das vorhin schon beim Aufbau kurz gezeigt. Die kann einfach nichts. Das wackelt hier auch. Ja, ist ein Displaymodell. Man kann das hin und her schieben. Aber sie kann nichts. Hat also keinerlei Funktion. Wäre vielleicht noch ganz schön gewesen, wenn man hier eventuell eins der Hauben hätte anbringen können. Festklemmen können. Wie auch immer. Das geht nicht. Die Lok rollt auch nicht ordentlich. Die steht einfach nur hier drauf. Also eindeutig ein Displaymodell. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man es umbauen kann. Ich zeige euch das noch mal kurz. Das Blöde ist hier, der Aufkleber geht über mehrere Steine. Vielleicht könnt ihr das nämlich auch ein bisschen sehen. Hier etwas in Anführungsstrichen unsauber. Ich habe dann die Teile mir hingelegt. Die beiden Haubenteile. Aufkleber. Und dann mit einem Cuttermesser getrennt. Alle anderen Aufkleber sind dann passend auf den Steinen. Das habe ich ein bisschen schept gesetzt. Aber kommt. So ein Ding ist auch ein bisschen älter und in die Jahre gekommen. Und auch hier so bei der Reling. Beim Handlauf. Das ist glaube ich der richtige Begriff. Die Rohre hier. Das Rohr. Das ist ja der Kunststoff. Das ist ein bisschen krumm gewesen. Ich habe das immer mal versucht zu richten. Ihr könnt das sehen. Geht so einen leichten Bogen nach oben. Hier oben ist es genauso. Bei den Teilen. Ist aber irgendwie noch in Ordnung. Ich überlege schon, ob ich es noch mal irgendwo zwischenlege und dann auf die Heizung. Ich hatte es zwar schon gerade, aber wenn Kunststoff gerollt ist, vergisst es am Ende nicht. Selbst wenn man es mal kurz gerade zieht, dass es gerollt war. Hier unten geht es auch über mehrere Steine. Ansonsten, wie gesagt, werden immer die Steine beklebt. Das ist völlig in Ordnung. Das ist gut. Jetzt schiebe ich das hier noch ein bisschen runter. Ich hoffe, das klappt so. Mit meinem Fokus hier vorne. Freight Train Lokomotive. Das klappt und funktioniert. Unterm Strich müssen, meine ich, die Aufkleber drauf. Sonst wirkt es nicht richtig. Auch wenn ich es hier hinten verkrießt nadelt habe. Und hier drinnen auf der Seite habe ich einen leichten Bogen bei dem Handlauf. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Auf der anderen Seite ist es nicht so. Beim Bau hat sich das leicht nach oben gebogen. Ihr seht das hier. Ich bekomme keinen bündigen, zumindest in der Höhe, Abschluss hin. Das sieht auf der anderen Seite ein bisschen besser aus. Deswegen habe ich das Set jetzt auch so rumgestellt, wenn es denn an der Wand steht. Ups, jetzt klemmt es mir da hinten ein bisschen. Dann natürlich so. Und hier ist es ein bisschen besser gelungen. Aber es biegt sich leicht. Und hier kann man es auch sehen. Hier ist es wieder ein bisschen raufgegangen. Die Klemmkraft. Jetzt dreht sich das auf den Teller. An der Stelle ist es, ich sage mal, eine Schwäche. Ich würde mal behaupten, wenn man es zum ersten Mal sieht und kurz hinschaut, fällt es nicht so auf. Ich weiß es jetzt natürlich. Und dann stört es mich ein bisschen hier unten. Das steht hier. Ich muss es selber gucken. Kann ich so nicht erkennen. Freight Transportation. Auch ein Aufkleber. Die Fahrerkabine. Das kann man abnehmen und reinschauen. Aber nichts Spektakuläres. Und vielleicht könnt ihr das sehen. Der Sitz klemmt hier ein bisschen an der Halterung von der Kabinen. Fahrerkabinenabdeckung. Hier gibt es nichts Spektakuläres zu entdecken. Ich hätte jetzt gesagt, das muss man auch jetzt nicht unbedingt abnehmen. Spannender ist es vielleicht. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Wenn man hier natürlich dann so ein Element abnimmt. Hier ist es von Nopped. Und da sieht man ein bisschen was vom Antrieb. Das hatte ich euch ja schon gezeigt. Und das kann man vielleicht dann durchaus auch einfach so stehen lassen, wenn man möchte. Gibt es ein bisschen was zu entdecken. Die anderen nehme ich jetzt nicht ab. Das funktioniert im Großen und Ganzen auch. Ich werde es aber so machen. Wieder mal drauf. Also man kann das auch gut aufdrücken. Ihr seht das. Das ist kein Problem, dass ich mir das gute Stück dann so hinstelle. Jetzt drehe ich es nochmal. Den schiebe ich ein bisschen in die Mitte. Und zeige euch das noch einmal. Es gibt da nichts. Ich habe noch ein bisschen Schepp. Nichts Spektakuläres zu entdecken. Und ja, ich werde das gute Stück dann eben so hinstellen. Ich nehme das schon mal vorweg. Ein schönes Displaymodell mit ein paar Schwächen. Aber gut genug. Ich werde es bei mir ins Regal stellen. Fazit. So, hier schon mal ein kleiner Teaser für nächste Woche. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das Video am Freitag oder am Sonntag rausbringe. Nächste Woche habe ich auf jeden Fall wieder ein Megaset für euch von Megablocks, um genauer zu sein. Ja, und dann geht es wieder um ein Filmthema, um einen Mock. Ziemlich cool. Ich war echt begeistert, was ich da gebaut hatte. Lasst euch überraschen. Stichwort ist, nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Ja, und kommen wir mal zur Information, zum Set. Bestellung gekauft habe ich bei AliExpress. Das Set ist aber auch angekündigt bei Bluebricks. Da habe ich das durch Zufall entdeckt. Ich gucke ja bei Bluebricks immer gerne mal rein, was ist da angekündigt. Und das Set hatte ich schon bestellt und gesehen. Bei Bluebricks wird es demnächst dann auch erhältlich sein. Schaut doch da einfach ab und an mal vorbei. Da ist ja dann mit Sicherheit auch ein Umkarton dabei. Also, Bestellung gekauft bei AliExpress. Bezahlt 64,20 Euro. Das Set besteht aus 1980 Teilen. Die Setnummer ist die 66021, wie gesagt, von Reobricks. Mit dabei war eine Bauanleitung in Papierform. Gut verständlich, gut nachvollziehbar. Ich hatte damit überhaupt keine Probleme. Kommen wir zuallererst mal zum Design. Und das ist hier meine ganz persönliche Sicht der Dinge drauf. Klasse, was Reobricks hier gemacht hat. Mich hat ja das Design, beziehungsweise als ich die Produktbilder gesehen habe, sofort angesprochen. Und in der Realität sieht das wirklich gut aus. Leider, und das hatte ich euch beim Bauergebnis gezeigt und auch während dem Bauschirm mal zeigen können, besteht das Set, alles das, was ihr hier sehen könnt, und nur dann am Ende, wenn es denn um den Schmuck geht, wie die Zahlen, die Nummern, hier der große Schriftzug, geht es leider nur um Aufkleber. Es gibt keinen einzigen Druck. Die Aufkleber gehören aber auch drauf. Wenn ich mir das im Nachhinein angucke, das macht dann doch einiges vom Flair aus. Beim Design hat man, wenn es um die Aufkleber geht, an einer Stelle geschwächelt, wenn schon Aufgeber dabei sind. Das ist einfach die Tatsache, dass es Aufkleber gibt, die gehen über mehrere Steine. Und ich hatte euch das gezeigt, hier macht das zum Beispiel keinen Sinn. Also beim Design finde ich das sehr gut, dass man ja an den Innenraum gedacht hat, den Motor, den Maschinenraum sich angucken kann. Ähnlich gut wie bei dem Atomoboot da hinten. Das ist ja auch von RioBrix, das hatte ich euch ja auch gezeigt. Nur, dass dann eben die Aufkleber über mehrere Steine gehen. An der einen oder anderen Stelle ist eben blöd. Und wenn ich dann hier den Mittelteil abnehmen will und habe den Aufkleber, der komplett einmal rüber geht, ist es einfach schwierig. Ich habe das dann mit dem Cuttermesser getrennt, weil an anderer Stelle orientiert man sich dann schon an der Steingröße, da war das nicht nötig. Nur hier an der Stelle musste ich dann einmal, ich sage das mal so ein bisschen nacharbeiten. Was mir gut gefällt beim Design, ich habe es beim Bauergebnis gezeigt, ihr habt es ja eh mal ein bisschen gesehen, wenn ihr das Bauergebnis euch nicht angeguckt habt, ist einfach die Tatsache, dass der Innenraum zu sehen ist. Es gibt einen Führerstand vorne, hinten, wobei bei der Lok das völlig egal ist, was vorne und hinten ist, spielt keine Rolle. Ich finde, es ist schön gestaltet, wobei auch hier ein bisschen Flair schöner gewesen wäre, dass man die Armaturen hätte sehen können, da sind einfach nackte Steine drin. Ist aber okay, weil ganz ehrlich, ich werde nicht häufig hergehen und dann hier die Fahrerkabinen runternehmen. Wahrscheinlich lasse ich den Mittelteil weg, ich überlege mir das nochmal ein bisschen. Beim Design, was mir gut gefällt, das ist dann das Fahrwerk. Ich habe euch das auch ein bisschen beim Aufbau gezeigt, das ist echt gelungen und detailreich. Ich hatte auch ein bisschen Schwierigkeiten oder Sorge, so rum ist es ja richtig, dass sich das nicht ordentlich bauen lässt, dass es zu kleinteilig ist. Jetzt mag ich Kleinteiligkeit, aber die Klemmkraft ist so gut, dass das easy peasy ineinander geht. Ich war begeistert. Da bin ich ein bisschen bei der Qualität der Steine. Die sind gut, die Klemmkraft ist hoch, manchmal vielleicht ein bisschen zu hoch, aber auf keinen Fall zu niedrig. Und ich sage mal, ein bisschen mehr ist mir lieber wie zu wenig. Und hier bin ich mit der Qualität echt zufrieden. Die Steine sind an der einen oder anderen Stelle ein bisschen matt. Das ist aber auch Reobricks typisch. Das hatte ich auch bei den anderen Sets so. Das Einzige, wo es ein bisschen schwächelt mit dem Klemm oder Ähnlichem, das ist dann hier beim Handlauf. Ich hatte euch das auch beim Bauergebnis gezeigt. Das ist jetzt weniger, ich sage mal, das Rohr hier oben. Das ist ja der Kunststoff, der biegt sich leicht. Also selbst wenn man gerade macht, erinnert er sich immer dran, dass er ein bisschen gebogen war. Sondern es geht dann eher hier unten, wo der Handlauf angebracht ist. Ja, das biegt sich leicht nach oben. Und dadurch, dass es nicht überbauen wird, überbauen, überbaut wird, zieht es sich auch nicht gerade. Das geht, weil von der Seite ist es ansehnlicher. Ich habe euch das auch beim Bauergebnis gezeigt, als von der anderen Seite. Ganz hübsch. Das will ich noch zum Design sagen, ist diese Krananlage. Und damit ist es ein schönes Displaymodell für mich. Sie ist zwar ein bisschen wackelig und fummelig, aber ich finde, das geht. Das steht in der Ecke, da passiert ja nichts weiter. Und da bin ich auch noch mal ein bisschen jetzt bei der Qualität der Steine. Das ist schon stabil. Ihr seht das. Das steht hier auf den zwei Baseplates. Ist stabil überbaut. Das Ganze, dann steht die Lok noch oben drauf. Das kann man problemlos hin und her tragen. Überhaupt kein Thema. Kommen wir mal zum Bau. Der hat mir Spaß gemacht. Es gibt keine spektakulären Bautechniken, aber ich kann ja auch selbst was abgewinnen, wo es nicht völlig so aufregende und abgedrehte Sachen gibt. So nach dem Motto, oh, das habe ich noch nie gesehen. Ich mag das, wenn das easy peasy voneinander oder beziehungsweise ineinander geht. Und hier dürft ihr nichts Spektakuläres erwarten. Aber für mich ist das ja auch mal ganz schön. Vielleicht geht es euch ja ähnlich. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Baut ihr immer spektakuläre Bautechniken? Oder ist mal einfach easy peasy Steine Schichten und dann ist gut. Und hier macht es einfach Spaß, weil die Klemmkraft wirklich prima ist. Und selbst bei den kleineren filigranen Sachen, die gebaut werden, hält das super überhaupt kein Problem. Damit bin ich echt zufrieden gewesen. So, jetzt messe ich mal aus. Einen schönen Gruß an den Wiki von Wikis Klemmbausteinwelten. Wenn er da nicht kennt, dann schaut bei dem mal vorbei. Der hat es immer unheimlich mit Beleuchtung. Hat er echt was auf dem Kasten? Der hat in einem meiner letzten Videos kritisiert. Ich meine, das war das Video zu Spongebob. Das ich nicht mehr ausmesse in der letzten Zeit. Das hole ich jetzt mal nach, weil hier gibt es ja auch ordentlich was zu messen. Also, lang ist das gute Stück. 51 Zentimeter hoch. Das ist ja hier der Kran. ca. 21,5 Zentimeter und breit tief. Auch für einen Zug, der durch die gefährliche Kurve rast. Kleiner Spoiler zum Film. Ziemlich genau 19 Zentimeter. Also, für mich ein gelungenes Set. Ich freue mich, mich. Wieder zu viel geprabbelt, zu viele Sachen im Kopf. Ich freue mich, dass ich es in mein Filmregal stellen kann. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, Abo, Klingel, Rimpel, Bim und empfehlt nicht weiter. Und dann sage ich Tschüss, Ciao. Bis nächste Woche oder bis Sonntag. Ach, ich weiß noch nicht warum. Ihr wisst Bescheid. Also, Tschüss, Ciao, sagt euer Brick Klempner. Tschüss.